herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge minecraft minecraft feed the beast infinity letzte folge haben wir unser me system fertiggestellt und ja ich würde sagen wir helfen dem ganzen system hier mal so ein bisschen ganz kurz das war hier auf jeden fall mal das von dem wir nicht so viel haben schon mal hier mit reinschmeißen so haben wir schon drei volle festplatten so du möchtest mit der pickaxe abgebaut werden mal mit der axt mit so irgendwo läuft ein zombie rum aber das soll mir jetzt erst mal egal sein ach so ich hatte jetzt in aufnahmepause hier oben das noch als sterling engine gemacht das können wir machen das sollte man hinkriegen das auch die bei auch noch allein so haben wir wurden das dass das den hier noch nehmen und den ja auch noch so zack 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 die hier alle weg die hier genau schon weg so und der rest ist eigentlich alles noch relativ voll nehmen wir die schon mal weg den hier auch das kann alles weg das kann weg das kann weg das kann weg das das und das auch hier tanzt auch eine wooden pipe rum ach hier guck mal den können wir auch da noch mit weg nehmen gut dann ach so sollten wir uns jetzt hier nochmal ein paar kabelstone pipes raus nehmen dann legen wir hier vielleicht doch nochmal eine verbindung dran das funktioniert nicht also muss ein schalter ran zack dann kann das auch ist ja nicht mehr ganz so viel holz und dann könnten wir auch schon die erste automatisierung dann irgendwann machen wir bräuchten auf jeden fall noch zwei planter und zwei planter haben wir für die baumwolle und einmal für die und das habe ich abgeklemmt basic capacitor bräuchten wir auch noch mal so wir gehen jetzt aber erstmal raus und schließen das system hier vorne das nehmen wir hier weg so irgendwo scheint hier noch ein zombie rum zu rennen ich höre ihn nur aber ich sehe ihn nicht so dann kommt nämlich die eisenpipe rein na gut hier vorne kommen wir nicht dran dann setzen die eisenpipe nach dort und jetzt habe ich kein schalter mit ok das machen wir gleich schließen wir den hier rum an und zwar da so was zu essen habe ich jetzt natürlich nicht dabei dann nehmen wir uns mal hier das ball das rotenfleisch da kommt auf jeden fall schon mal wieder der ran noch ein schalter und dann schauen wir mal wie sich das entwickelt so ist es richtig dann können wir nämlich auch hier vorne wieder strom drauf geben zack so Feuer dann könnt ihr nämlich jetzt mehr oder weniger schon fast durchgehend laufen zumindest so lange wie wir auch die festplatten haben so ihr solltet jetzt erstmal hier ordentlich strom aus den hier raus ziehen da gehe ich mal ganz stark von aus die laufen auch schon wieder Input 900 Output 900 Passt so gut könnt die beiden auch weg die und die und die auch haben wir dann noch ein bisschen Clearglas eins den da schon mal dazu machen da muss auch noch einer ran so ihr arbeitet wieder du bist der und kannst umgebaut werden so ein paar Kabelstone Leitung die habe ich es gerade weggebracht ähm den Rucksack weg paper oops so den bis drinnen den bucht Avengers auf den weg dann war man und Kohlerinnen so, kann weg, kann weg, kann weg wir brauchen so noch mehr Planter und Harvester wir brauchen drei, Minimum, drei ein Planter Harvester brauchen wir für die Enderperlen ein Planter Harvester brauchen wir für Baumwolle und ein für unsere ganzen Orberry Büsche ah, und da fällt mir noch was ein wir haben 23 Level und die schmeißen wir erstmal hier rein bevor wir die verlieren so, zack, Level sind weg und sind jetzt hier drin da sind sie drin 9.920 XP Juice ah, die Hälfte ist schon voll wenn die jetzt noch dazukommen und dann kommt hier jetzt hier noch Cobblestone und alles was ran dann wird das schon eng das heißt, also wir sollten es auf jeden Fall nochmal ganz kurz gucken Inventory Panel Inventory Panel Crafting Terminal dann ist es im E-Terminal das ist im E-Terminal, hatten wir doch schon war ich mir nämlich auch so aber es hat dann irgendwas gescheitert Crafting Table ist auch nicht das Problem denke ich mir zumindest mal so, viermal Holz zack Crafting Terminal und ein Calculation Prozessor Printed Silicon haben wir Redstone 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 und das Ganze macht man und zwar der Calculation Prozessor ne Printed Calculation Circles Inscriber Inscriber Silicon Press und dann brauchen wir den hier den hier noch dazu dann brauchen wir den, den, den und jetzt fehlt noch der Pew Zertus quasi und das war ja der hier hinten 10% gerade mal Pioneter Quartz Zertus Quartz Pure Zertus Quartz Wir haben doch die Falschen gemacht hier oder nicht? Bin ich da jetzt blöd? Wir haben die Pure Flux gemacht Mist Wir brauchen die Pure Zertus Quartz Zertus Quartz Dust and Sand Die brauchen wir Oh nein Können die hier auch rein Aber es gibt hier noch diese Growth Crystal Growth Accelerator Pure Flux Bonne Malifux Crystals igi Modale Flux Crystals 펳� Wir brauchen Wild ええ 상t stellen Fay Wあ customers W Ou Unsive Du brauchst einen davon. Quarzgas. Quarz, Zertus, Quarz und normales Glas, oder? Hier ist noch Zertus, Quarz, oh, guck mal, hier ist noch Quark, wie hier ist das? Zertus, Quarztast. Quarz, Glas. Quarz, Quarz, Glas, der da hin, Eisen brauchen wir noch und ME-Kabel. Eisen und ME-Kabel, die haben wir natürlich auch alle da. So. Bisschen Dreck. Oh, da kommen wir gar nicht so ran. So, Dreck, 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 haben wir noch Bricks. Aber wir haben noch Stone. Ein bisschen Stone, hauen den da rein. Können wir die ja hier auch so machen. Jetzt muss ich mal gucken, wie um die kommen. So rum war das, ne? Ich meine so rum. Bucket, Eimer. Eimer, 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 Eimer. Haben wir anscheinend nicht hier. Aber ich weiß, wir haben irgendwo genug gehabt. Das war hier. Ein Water Bucket. Der kommt da rein. Das kann weg. Den brauchen wir. Die müssen da ja auch reinkommen. Die verbinden sich nicht so. Ah, jetzt geht's los. Jetzt müssen die doch so stehen. Online. Die 6 hier. Ach komm, schmeiß mal alles rein. Ja, so war das. Jetzt haben die natürlich Alice eine andere Größe. Deswegen stacken die jetzt gerade auch nicht. Wenn die natürlich nacheinander reingeballert haben. Also schmeißen wir alles bald nochmal rein. So, dann können die arbeiten. Das kann weg. Den Crafting Table brauche ich. Das kann, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Was hatten wir denn im Golden Becker vor sich noch drin? Ach, Essen, Fackeln. Sehr schön. So, du bist auch wieder durch. Und du weg, du weg, du weg, zack, du hin, du hin, du hin, du hin, du hin, könnt ihr hier weitermachen, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, dich brauchen wir auch nicht mehr. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Da kommt ordentlich Redstone dran. Wir müssen jetzt nur aufpassen, wir haben jetzt gleich nicht mehr viel Kapazitäten. 42 Diamanten schon. Jawoll. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.